Was geht Freunde? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zu diesem neuen Video. Ja Freunde, wo ihr dieses Video jetzt gerade seht, bin ich auf dem Weg nach Berlin. Ich wurde von Disney eingeladen, morgen, also dem Mittwoch, das Disney Infinity 3.0 Spiel zu spielen. Also es ist ein Disney Infinity Event für Deutschland halt, die Premiere für Deutschland. Und ja, dort wurde ich halt also eingeladen und natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, Freunde, dort hinzufahren. Und deswegen möchte ich mal dort ein bisschen Werbung machen für meinen anderen Kanal, weil jetzt mit Star Wars Freunde, letztes Jahr war Marvel, da war schon der Ansturm ganz gut gewesen, denke ich mal. Und jetzt mit Star Wars Freunde wird der Ansturm nochmal ein bisschen mehr werden. Und da möchte ich einfach nochmal die Star Wars Freunde unter uns dort mal meinen zweiten Kanal ans Herz legen, die ihn vielleicht noch nicht kennen, Infinity Whitey. Und in der Beschreibung gibt es natürlich den Link dazu. Und da wird es jetzt in den nächsten Tagen halt Videos auch vom neuen Disney, finde ich, die 3.0 von meiner Seite aus geben. Endlich, weil, ja, ich habe leider noch kein Videomaterial bekommen, aber ich habe es abgeklärt. Ich darf Videos filmen, also ich darf das Spiel natürlich spielen. Und ich darf das dann auch abfilmen, so gut wie es geht. Ich werde viele, viele Fotos machen. Die werde ich dann auf Instagram und Facebook auf jeden Fall posten. Also da, für die Leute, die sich die Figuren gerne anschauen möchten, die es interessiert, dann auch einfach mal vorbeischauen da. Und, ja, das wollt ihr eigentlich nur gesagt haben, Freunde. Jetzt ist auch bald die Gamescom. Ich bin voll im Element hier, Freunde. Also ich habe schon einiges besorgt. Neues Stativ, neue Kamera. Ist Sarahs Kamera. Die hat sich eine Kamera geholt. Eine Canon EOS 600, 700D sogar. Und, ja, damit filme ich jetzt auch gerade. Da ist die Megapixelzahl deutlich höher als bei meiner kleinen Sony-Handicam hier. Und deswegen benutze ich ab sofort immer die. Die wird auch für Mittwoch, also für morgen benutzt, damit wir schöne Bildqualität hier liefern können. Ja, dann habe ich mir hier dieses kleine Zoom H1 gekauft. Und auch ein Megateil. Ja, das wollte ich schon vor eineinhalb, zwei Jahren mal gekauft haben. Das hat der Frank von Skyliners Tipps mir ans Herz gelegt. Und kam ich nicht dazu. Und, ja, dann auf dem Skyliners Event. Dort hat der Chris von MySkyliners das mitgebracht. Da habe ich das das erste Mal dann ausprobiert. Und war so überzeugt, habe ich mir das jetzt auch gekauft für die Gamescom. Jetzt für Mittwoch, also für morgen. Und für solche Videos jetzt halt. Ja, ist die Bildqualität, ist der Soundqualität auf jeden Fall besser, als wenn ich das dann da über die Kamera mache. Ich weiß jetzt nicht, wie gut der Sound bei der Kamera ist. Aber ist egal, Freunde. Hier Zoom ist schon auf jeden Fall wirklich sehr, sehr gut. Muss ich wirklich so sagen, wie es ist. Ja, Freunde. Also für die Leute, die es sich interessieren, also die sich interessieren für Disney Infinity 3.0. Wie gesagt, schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei. Dort habe ich auch schon einige Informationsvideos gebracht. Und wird jetzt halt auch in den nächsten Tagen, wenn ich dann Mittwoch, Donnerstag Nacht, bin ich dann wieder zurück. So morgens, 8 Uhr müsste ich wieder da sein. Dann fange ich, setze ich mich sofort am PC, Freunde. Wird sofort bearbeitet. Dann versuche ich sofort Donnerstag die ersten Videos für euch hochzuladen. Und wie gesagt, Fotos und so weiter gibt es auch schon dann ab Mittwoch auf Facebook, auf Instagram. Weil wir sind im Anschluss auch noch, Madame Tussauds ist da, glaube ich, nebenan in dem Hotel, wo die Veranstaltung stattfindet. Und dort ist eine Star Wars Ausstellung. Dort wurden wir dann auch noch hingeladen. Da freue ich mich auch mega drauf, Freunde. Erstmal so ein Selfie mit dem Darth Vader Wachsfigur machen. Mega cool. Und ja, Freunde. Wie gesagt, für die Leute, die es interessiert, schaut einfach mal vorbei. Und ich freue mich auf euch. In dem Sinne, Freunde. Vielen Dank fürs Anschauen zu uns als andere auch. Ich wünsche euch was. Und wir sehen uns dann spätestens im Donnerstag. Im Donnerstag, ja genau. Wir sehen uns dann spätestens Donnerstag in alter Frische wieder. Oder rein. Danke. Peace.